Was erwartet Sie heute noch? Sie bekommen von mir zuerst einen Aktientipp, wir reden dann über Energie und nachhaltiges Anlegen und als krönender Abschluss bekommen Sie von mir auch noch einen Trading-Tipp, der dann taktisch sehr schnell umgesetzt werden sollte. Was erwartet Sie heute? Kommen wir zuerst zum Aktientipp. Die wahrscheinlich attraktivste Aktie, Schweizer Aktie im Moment, wenn ich meinen Kollegen Rainer Weyhofen, der das Unternehmen betreut, zitieren darf. Sika. Es geht um das Unternehmen Sika, beziehungsweise um die Aktie von Sika. Das Unternehmen ist in der Bauindustrie tätig, in über 100 Ländern aktiv, verfügt über eine hohe Kundennähe, hat die führende Marktposition, sehr hohe Innovationskraft, Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Im vergangenen Jahr lag das Umsatzwachstum bei 17,5 Prozent. Auch für das laufende Jahr soll ein zweistelliger Bereich erreicht werden. Das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Dennoch, was das Unternehmen auszeichnet, ist eine sehr geschickte Akquisitionsstrategie. Allein im vergangenen Jahr hat Sika sieben Unternehmen übernommen. Dabei sind auch viele kleinere Unternehmen, die eben diese Kundennähe dann sichern. Und Sika ist im vergangenen Jahr ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen mit der MBCC Group. Das ist das ehemalige Bauchchemiegeschäft von BASF. Die verfügen über 130 Produktionsstätten in über 60 Ländern. Aktuell laufen noch die Antragstellungen bei den entsprechenden Kartellbehörden. Eine kleine Anekdote. China hat als erstes Land grünes Licht gegeben für die Übernahme. Und auch diese Übernahme sichert die Marktposition von Sika nochmal ab und baut sie auch aus. Eine EBIT-Marschel von 15 bis 18 Prozent ist ebenfalls sehr attraktiv. Ich möchte Ihnen aber die Achillesferse nicht unterschlagen, denn es gibt Abhängigkeiten des Bauunternehmens. Und zwar zum einen ist eine Abhängigkeit von der Automobilindustrie vorhanden. Sie wissen das. Es gibt auch wieder Stress in den Lieferketten. Und die zweite Abhängigkeit besteht im Bereich der Rohstoffe. Also auch hier eine gewisse Abhängigkeit und natürlich Kostendruck von Seiten der Rohstoffe. Aber ganz wichtig zu wissen, Sika verfügt aufgrund der starken Marktposition über eine hohe Preissetzungsmacht. Was ganz wichtig im Moment ist bei jeder Betrachtung oder bei der Betrachtung von jeder Aktie. Ich möchte Sie aber auch auf die F&W-D-Analyse hinweisen. Dort können Sie noch ganz viele Kennzahlen zu Sika, aber auch zu anderen Unternehmen abrufen. Und wer jetzt dran bleibt, bis zum Ende des Videos durchhält, der bekommt von mir auch noch einen Trading-Tipp. Jetzt reden wir aber über Energie und Rohstoffe. Wir haben es gesagt. Rohstoffe mit einer großen Kurs-Rally im Moment. Und der Moment hält schon etwas länger an. Deshalb möchte ich jetzt auch auf Energie- und Rohstoffpreise zu sprechen kommen. Und dazu haben wir auch eine Strassenumfrage gemacht. Also mir, ja. Und zwar aus einem einfachen Grund, ich lebe mir vor mit Ergänzungsleistungen. Sprich, dass ich mich so entdeckend mit einem Existenzlinikum, was gut geht. Aber wenn alles müde wird, dann wird es dann langsam eng. Das ist nur meine Hoffnung, dass die Demo-Wei-Prisse steigen. Die einzige Hoffnung. Aber ich selber bin auch abhängig davon. Ich habe auch ein eigenes Geschäft. Das ist Web-Hosting. Es ist auch voll von Energie abhängig. Wenn es einen Blackout gibt, dann kann ich das Geschäft zumachen. Also, dann werden noch viele andere zumachen. Das machen wir auch nicht so. Dann wird sich eh alles verändern, wenn es höfst ist Blackouts gibt. Aber steige in ihrer Bitte ist, dann kann ich in Ordnung befürchten. Grosöl der Nordsee-Sorte Brent. Heute Mittwochmorgen über 130 Dollar. Die Erdgaspreise steigen rasant. Der Handel von Nickel musste gestern ausgesetzt werden in London, weil die Tonne Nickel über 100.000 Dollar gekostet hat. Weizen und viele andere Nahrungsmittel steigen ebenfalls. Die Stagflationsdebatte heizt sich wieder auf. Heute übrigens auch der stagflationäre Schock in unserer Printausgabe. Die Relevanz für die Anleger. Nun, wir haben Zentralbankwoche. Morgen kommt die EZB. Nächste Woche werden wir das Fett hören. Die Notenbanker sind im Dilemma. Es ist eine Gratwanderung. Denn Stagflation heisst zum einen viel zu hohe Inflation. Um dem entgegenzuwirken, müsste man die Zinsen erhöhen. Andererseits Gefahr für das Wachstum natürlich auch durch den Krieg. Da müssten eigentlich die Zinsen auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind oder sogar noch weiter abgesenkt werden. Es ist sehr wichtig, insofern, und das wird auch stark diskutiert, unabhängig zu werden von den Energielieferungen aus Russland. Atomkraft sind ein Stich- oder Reizwort. Und dann haben wir aber auch die erneuerbaren Energien. Und um darüber kurz zu reden, habe ich meinen Kollegen Peter Rohner ins Studio eingeladen und freue mich jetzt, kurz ein Gespräch mit Peter zu führen. Hallo Silvia. Hoi, Peter. Peter, du bewirtschaftest auch mit unser Eco-Portfolio, das unter dem Etikett Nachhaltigkeit läuft. Wie wirkt sich denn nun diese Price Rally von den fossilen Energieträgern auf die erneuerbaren Energien aus? Wie gesagt, Europa und der Westen sucht jetzt nach Alternativen zum russischen Erdgas. Und das führt auch zu einer Nachfrage natürlich nach erneuerbaren Energien. Und wir bei unserem Eco-Portfolio, wo wir eben einen Fokus auf klimaverträgliche oder Aktien mit einer positiven Klimabilanz oder Treibhausgasbilanz Fokus legen, da spielen eben diese Titel auch eine Rolle. Wir haben derzeit eigentlich zwei klassische Solar- und Windkraftbetreiber dabei, das sind Orsted und Enkavis. Orsted aus Dänemark und Enkavis etwas kleiner aus Deutschland. Und die haben letztes Jahr gelitten nach dem Hype von 2020, sind jetzt aber auf einmal wieder gefragt. Genau aus diesem Grund, weil zum Beispiel Deutschland bis 2035 nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen haben möchte. Okay, dann sind die Alternativenenergien jetzt auch im Aufwind. Aber kannst du kurz erklären, wie ihr überhaupt dieses Portfolio zusammensetzt? Was sind die Kriterien, die ihr anlegt? Das Eco-Portfolio ist eigentlich ein ESG-Portfolio, wie es derzeit viele gibt. Aber wir fokussieren sehr stark auf das E, also das Ökologische, also die Klimaverträglichkeit ist wichtig. Und wir suchen eigentlich Unternehmen, die entweder wenige Emissionen haben oder sich mühegeben, glaubhaft, dass sie sie senken können. Und das ist kein Cleantech-Basket, sondern da hat es auch sogar einen Bergbaukonzern drin, weil wir suchen auch die Besten von jeder Branche, also versuchen sie zu finden. Best in class also. Und bist du mit der Performance glücklich? Die ist eigentlich sehr erfreulich, vor allem das erste Jahr. Wir haben vor Mai 2020 begonnen. Das verlief sehr, sehr positiv. Und auch bisher, also das hat den SMI geschlagen, der ist auch sehr träge gewesen. Gegenüber dem US-Index konnte es nicht mithalten. Zum Teil auch wegen der Währung. Ja, besten Dank, Peter, für deine Ausführungen. Danke dir. Nachhaltige Energien bleiben ein Thema, auch in der ganz langen Frist. Schauen wir uns doch nochmal kurz an, wie das die Leute auf der Strasse empfinden. Ja, dass wir dann Alternativen müssten finden. Also ich finde es, ja, ich finde es noch speziell, weil ich bin auch nicht dafür für USA. Ich finde, alternativen Energien werden gescheitert. Das kann uns ein bisschen unabhängiger machen. In der Schweiz, also ich glaube, ja, nur wissen Sie, dass das kommt weiter. Diese, diese, diese schwierige Situation, Krieg und so weiter, wie das weiter sich entwickelt, dass sogar die Oberste, die auch intelligent sind, können wir auch antworten, also in Spanien auch. Unser Trading-Tipp. Jetzt möchte ich einen Valor vorstellen, den man unter der Rubrik Trading-Tipp wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten würde. Und zwar handelt es sich um den Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Swiss Re hat ein KGV von 10, das ist eher auf der günstigen Seite. Es hat einen sehr diversifizierten Ertragsfluss. Was uns aber ganz besonders gefällt bei Swiss Re ist die üppige Kapitalausstattung. Denn diese dicke Kapitaldecke sichert die Dividende. Und aus heutiger Sicht beläuft sich das dann auf eine Dividendenrendite von nahezu 8%. Vergleichen Sie diese 8% mit einem Coupon, den man auf einer Anleihe bekommt. Dann erübrigt sich eigentlich jeglicher Kommentar. Kommentare, die sich nicht erübrigen allerdings, hätten wir gern von Ihnen. Wie gefällt Ihnen das Format? Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Damit wäre ich am Schluss angekommen. Bitte nutzen Sie die Kommentarspalte und wir hoffen, Sie nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.